Nach dem ersten chinesischen Film, Das Schwert des Gelben Tigers, ein neuer Film der Tiger-Serie. Die Rache der Gelben Tiger. Eine gigantische Mammutproduktion aus China, die in ihrer Rasanz, Härte und Grausamkeit unübertroffen ist. Die tollkünsten und verwegensten Schwertkämpfer des alten China auf ihrem siegreichen Rachezug gegen die Tataren. Die Rache der Gelben Tiger. Die Rache der Gelben Tiger. Wenn der Kaiser zu schwach ist, dann müssen wir uns selbst wehren. Sie wollen euch in eine Falle locken, in den Drachenbergen. Wir müssen ihn durch. Es gibt keinen anderen Weg in das Lager der Tataren. Das ist doch gut so. Wir wissen, dass sie uns überfallen wollen. Also überfallen wir sie vorher. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt fallen! 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 Diesmal warst du schlauer als ich. Wie sollte man sonst einen beißenden Hund fangen? Ihr Schweine! Mein Vater, sei vorsichtig! Jetzt sag du uns, was du weißt, oder ich heiße dir die Eingeweide aus! Tut doch! Ihr habt ja gelernt, Gefangene zu schlachten. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Mach sie fertig! Da, Queen! Wir sind ein Barsch! Wir sind ein Barsch! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!